Übermittlungsverzögerung Wenn Sie eine E-Mail erstellt haben und nicht möchten, dass diese sofort nach dem Erstellen abgeschickt wird, können Sie eine Übermittlungsverzögerung einstellen. Schreiben Sie Ihre E-Mail wie gehabt und klicken Sie vor dem Absenden auf Optionen Übermittlung verzögern. Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Übermittlung der E-Mail angeben. Klicken Sie zur Bestätigung auf Schließen. Wenn Sie nun auf Senden klicken, wird die E-Mail nicht sofort, sondern zum eingetragenen Zeitpunkt versendet.